Du arbeitest heute Nacht auch, hm? Ja. Ich hab Bereitschaft in der Chirurgie. Ich hatte nur zugesagt, weil JD ursprünglich mit mir Dienst haben sollte. Ich spring für ihn ein. Er und Sam machen einen Ausflug nach... Weißt du was? Nicht so wichtig. Oh, nein, 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 nein. Sprich weiter. Ich wollte dir das eigentlich nicht sagen. Kim ist auf einer Ärztetagung in Anaheim, also ist JD mit Sam nach Disneyland. Das ist absolut unmöglich. Und weißt du warum? Da noch keiner von uns bis jetzt in Disneyland war, haben wir uns geschworen, zu unserem 40. dahin zu fahren. Was willst du jetzt hören? Ich will von dir hören, dass er nicht in Disneyland ist. Kannst du mir das sagen? Nein. Hör zu. Erwachsene stecken das weg. Und genau das werde ich jetzt machen. Es wegstecken. Wie teilen wir uns die Arbeit halt ein? Okay, ich dachte... Ich kann das nicht, ey, jetzt. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht, aber es tut weh. Es verletzt mich tief drin. Es tut weh in meiner Brust. Der Mann ist nach Disneyland gefahren ohne mich. Die haben da eine Achterbahn und die Achterbahn fährt im Dunkeln. Verstehst du? Da weiß man nie, wann die nächste Kurve kommt. Die haben ein Findet-Nemo-Karussell, auf dem man mit Nemo rumfährt. Als Karussell. Ein Karussell mit Nemo. Okay, das wird toll. Mein Co-Pilot ist ein Riesenbaby, das flenkt. Und die Anfänger sind gerade lang genug hier, um zu denken, sie wüssten, was sie tun.